Käse und Tulpen? Will man die Niederlanden in Klischees beschreiben, dann fehlt der neue Hering als drittes im Bunde. Tausende versammeln sich im Hafen von Sreveningen zur Eröffnung der Fangsaison. Der neue Hering ist alte katholische Tradition. Fleisch war in der Fastenzeit verboten, also wurde Fisch gegessen. Wir kommen aus Deutschland und machen hier Urlaub. Wir haben von diesem Festival hier gehört und genießen es. Ein schöner sonniger Tag und ohne Maske rauszugehen, das ist doch toll. Ein schöner Tag, die Leute sind fröhlich. Es gibt Hering für sie, frischen Hering. Wir verschenken ihnen, damit sie probieren können. Das Lustige ist, dass viele Leute, die hierher kommen, ihn noch nie probiert haben. Und er schmeckt ihnen. Wir haben also auch einen guten Tag. Der Hering stammt aus der östlichen Nordsee und fast der gesamte Fisch wird von Dänen und Norwegern gefangen. Aber ausgenommen und eingelegt wird er von niederländischen Unternehmen vor Ort. So viel Tradition muss auch heute noch sein. Aber ausgenommen werden die Gesellschaft vor Ort. So viel Tradition müssen wir uns auf die Frage! Vielen Dank! Untertitelung. BR 2018